GeWOBAK erklärt die Kündigung Ulf möchte mit seinen Jungs in eine größere Wohnung umziehen. Weil er das passende Zuhause bereits gefunden hat, kann er im nächsten Schritt seinen Mietvertrag mit der GeWOBAK kündigen. Dabei beachtet er die gesetzlichen Regelungen. Die Kündigung verfasst Ulf rechtzeitig drei Monate vorher. Sie muss spätestens am dritten Werktag eines Monats zum Ablauf des übernächsten Monats bei der GeWOBAK eingehen. Außerdem ist sie nur in Briefform gültig. Bei mehreren Mietern müssen alle Vertragspartner das Schreiben unterzeichnen. Ulf hat für den Autostellplatz einen zusätzlichen Vertrag abgeschlossen und kündigt diesen deshalb gesondert. Nachdem die GeWOBAK Ulfs Brief erhält, schickt sie ihm eine Eingangsbestätigung und bestimmt mit ihm den Termin für die Vorabnahme. Bei dieser Abnahme begutachtet ein Experte den Zustand der Wohnung. Er protokolliert zum Beispiel Schönheitsreparaturen und bauliche Veränderungen und prüft, ob diese bleiben können. Für Schäden kommt Ulf selbst auf. Das Vorabnahmeprotokoll beschreibt die nötigen Reparaturen, etwa das Anstreichen von Decken, Wänden oder Fußböden. Die fachgerechte Umsetzung prüft die GeWOBAK dann bei der Endabnahme. Den Termin dazu vereinbart der Mieter spätestens zwei Wochen vor Vertragsende mit dem Hauswart. Ulf übergibt nun auch alle Schlüssel. Seine Nachmieter bestimmt er nicht selbst. Jedoch kann er Freunden vorschlagen, sich auf die freie Wohnung zu bewerben. Für den Umzug hält Ulf die Checkliste der GeWOBAK parat. So gehen wichtige Aufgaben nicht im Stress unter, wie der Wechsel des Strom- oder Internetanbieters, die Ummeldung von Schule und Kindergarten oder der Nachsenderantrag bei der Post. Seinen künftigen Wohnort teilt Ulf dem Einwohnermeldeamt mit. Dazu benötigt er eine Bescheinigung des neuen Vermieters. Auch der GeWOBAK nennt Ulf seine neue Adresse, Kontaktdaten und die Bankverbindung. So geht er sicher, dass er innerhalb der nächsten sechs Monate seine Kaution erhält und zum Jahresende die letzte Betriebskostenabrechnung. Prima! Dank bester Vorbereitung kommt die Familie entspannt im neuen Zuhause an. Auch Sie planen einen Wohnungswechsel? Mehr Informationen zu Kündigung und Umzug finden Sie im Internet. Das Team der GeWOBAK steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Das Team der GeWOBAK steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.